Das war meine Mutter. Liebe Geschwister im Islam. Willkommen auf meinem Kanal. Fit auf dem Rasen durch Muskelaufbau. Fußball? Fußball ist die Sportart überhaupt. Und drückt 2018 wieder in den Fokus. Wenn die Weltmeisterschaft in Russland beginnt, so manchen Hobby-Fußballer wird es gerade jetzt zurück auf den Platz ziehen. Ob die Wahl vorbereitet auf den Ballsport bist du aber nicht nur durch Ausdauer, sondern auch durch Krafttraining mit einer gestärkten Muskulatur schaffst du, schaffst du die Basis für Kraft und Durchhaltsvermögen, was auf dem Platz enorm ist. Jo, haut rein meine lieben Nutzer. Haut rein dafür, dass ihr hier bei meinem Kanal wart. Wata! 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 Wata!